Wir haben einige Fragen dazu. Sophia Tomala braucht einen Kaffee. Sie war zu Gast. Vier Brüste vorne. Das ist schon so eine Sache, die nervt mich ab und zu. Aber kann ich mit leben? Also wir finden, an der Brustpartie von Sophia Tomala ist nichts auszusetzen. Es ist ein scheiß Luxusproblem, Leute. Männer einfach nach den Kriterien aus, wie ich mit ihnen zwischenmenschlich klarkomme. Und wenn einfach bis jetzt kein Gärtner dabei war, mit dem ich zwischenmenschlich auf der Ebene klarkomme, um damit eine Beziehung zu führen, dann ist es nun mal so. Bis auf die Tatsache, dass sie alle Promis sind, waren Sophia Sextmänner ansonsten aber ziemlich unterschiedlich. Also ich würde mal sagen, das Aussehen entscheidet, wer zusammenkommt. Herrn Zverev ausgesucht. Mit Herz. Also ich bin ein lebenslusterer Typ und auch nicht auf den Mund gefallen und weiß, was ich will. Und da ist es tatsächlich, ich brauche einen Typ, der meine Launen, der meinen Launenstand hält. Ich brauche einen Typ, der auch natürlich meinen Karriereweg mitgeht und geht seinen Weg. Ich bin nicht abhängig von nichts und niemandem. Und das, ich habe, ich habe, nee, ich habe tatsächlich überhaupt gar keinen Typen. Also klein ist nicht so cool. Nee, klein ist jetzt nicht so, also kleiner als.